Servus, ich bin der Jürgen und mir geht's saugut. Aber das war nicht immer so. Das bin ich vor einem Jahr. Ich war wahnsinnig hektisch. Ich war unglaublich gestresst. Ich habe es nicht so gesagt. Sehr, sehr schlecht gelaunt. Ich hatte damals eine sehr, sehr kurze Zündung. Dann bringen wir zwei neue Akten. Ich war schlapp und wahnsinnig depressiv. Ich war ein richtiges Arschloch. Aber so konnte es nicht weitergehen. Und deswegen habe ich mich schlau gemacht und dieses wahnsinnig innovative Produkt kennengelernt. Ein wahres Wunderwerk der Technik. Es kontrolliert ständig meinen Biorhythmus, überprüft meinen Gesundheits- und Gemütszustand und warnt mich, wenn ich in alte Gewohnheiten zurückfalle. Jürgen? Wie zum Beispiel jetzt? Jürgen. Ja, Biri. Sie heißt übrigens Biri. Es ist wieder soweit, Jürgen. Denk an dein Wohlbefinden. Zeit für den nächsten Check. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Danke, Biri. Bitte schön, lieber Jürgen. Oh mei. Wenn ich die Biri nicht hätte, was würde ich dann nur machen? Jetzt geht es mir gleich viel besser. Jürgen? Ja, Biri? Wie lautet unsere goldene Regel? Ah, ich weiß schon. Immer schön den Pegel halten. Seitdem ich die Biri habe, bin ich selten unter 1,2 Promille. Alles messbar und transparent. Total genial. Stress und Hektik gehen uns seit 10 Jahren am Arsch vorbei. Biri. Gegen chronische Unterhopfung für mehr Ausgeglichenheit jetzt bei ihrem Getränkehändler.